willkommen zurück zu let's play running red das blut fließt bitte fertig bist du bist du fertig bin ich sicher locker meine dinge können explodieren wenn es blöd läuft deswegen schon mal nach aber ich glaube es war noch nicht fertig so wir waren ja wir wussten wir wollten wir warum steht die gravel habe ich jetzt nichts drin weil es nachlädt okay ich bräuchte ich habe gebraucht nee warte flint wollte ich habe ich flint schon gemacht ich weiß es nicht mehr ich bin ganz sicher schon ein paar tage her da ich habe flint gemacht ich habe hier ein flint wo es mein eisen heisen flint und eisen ergibt andersrum flint und eisen ergibt flint ins die nehmen wir jetzt hatten kennst du okay ich habe keine ahnung was mich erwartet ein bisschen was zum schwert muss reichen nehmen habe ich keine steine machen wir kurz ein stein schwert und ich habe doch eisen warum bin ich heute vor mir so geizig ich habe doch bestimmt ein bisschen eisen da ist doch noch was weiß nicht überhaupt noch hier habe aber hallo mein lieber scholli so da du es du it now eisenschwert muss gehen so ich hoffe ich bin einigermaßen ausgerüstet ich habe natürlich eine spitzhacke ich habe vielleicht schon ein bisschen koppels wird neben zum bauen er muss gehen so questburg muss man questburg da ist mein questburg der westburg sagt ich wo muss ich denn hin ich muss ja zu anderen drei menschen die menschen von der menschen dass das weiß ich inzwischen gehen wir erst mal rein und dann sehen wir weiter ab in die hölle okay es geht nicht sofort ich weiß ab in die hölle tschuldigung ist dann doch ein hallo da kommst du mich gerade hallo ich sehe nichts wo sie denn jetzt hin wo es ist it new way in the house of hey hey des 290 2 60 387 plus 2 plus 290 vk holst mich doch gerade ich muss noch mal zurück ich brauche slabs es bitte auch verarschen ob es eigentlich wie soll ich das eck ist bei euch doch gerade war nicht halt nein es muss da ach nein das habe ich vorhin aus dass ich mich genommen hat gab es eine belohnung broadcast hier möchte ich bekommen wort nein das ist für das ganze 290 so erstmal schlepps so dann noch mal ok plus 290 378 38 das ist ja schon mit die richtung also mehr die richtung plus 290 wird die richtung also ich muss darüber machen wir hier vielleicht erst mal das ganze ist sicherer zumindest ein bisschen so und ich muss irgendwie in diese richtung unten ist irgendwas glaube ich oder das ist das aus probieren wir es mal ich mache mir ein ganzes plateau da verschwende ich jetzt mal ein bisschen koppel aus dem tun wird er generiert wie blöd wo ist das gemein hier das habe ich keine fackeln bei das ist ein ausgleichen kann egal hier auch noch ich traue mich hat gar nicht schiff loszulassen vielleicht sollte ich auch zwei breit machen sollen mich ein bisschen mehr spielraum habe so ja auch in ründchen so ärzte also noch mal hier ist die positive z richtung das ist die positive x richtung und die richtung muss ich auch super ok dann fangen wir mal an eigentlich könnte ich direkt hier in der merke anfangen so etwas lustig macht euch bereit auf eine lange reise in der dunkelheit im dunkelrot der geschichte ach keine ahnung ich glaube schon wieder schluss guten morgen schönes wochenende stimmt heute müsste ja danach samstag sein die folge rauskommt ok kommt auch an wann du diese folge hier siehst aber im normalfall ist heute samstag ok für mich ist heute freitag schon was nettes vor oh mein herzen sind weg liegt aber nach scheiße stimmt jetzt habe ich den 1 braunpunkt gegeben den ganzen zum weg zum glück sind die lieb nein gibst du her hat meine koordinaten 290 ach ja ich dachte doch gerade ich habe rechts die 289 jetzt nachher ich bin ja schon fast da das war aufgefallen der falsche koordinat ernsthaft 290 das heißt ich muss noch 290 blöcke in die richtung so viel blöcke so viel blöcke habe ich doch gar nicht das sind da unten unten ist was was ist das schaut noch diesen wolken aus glaube ich bin mir nicht sicher der aflinks das darf ich bloß ich bloß mich nicht mehr ein kleiner finger verlassen sonst habe ich ein problem was ist das da unten ich bin mir nicht sicher ich will jetzt auch nicht runter springen keine lust zu sterben dem das liegt mir doch da doch sehr fern ich glaube es sind dieses solfus wolken wir haben doch solche motto sind die bei uns plant die natura ich weiß gar nicht überhaupt drauf vielleicht ist es gar nicht drauf ich habe mir gerade irgendwas zusammen wo sind die asche wolken so eine andere ich rate gerade blöd ins blau hinein gar nichts im essen doch 3 3 millionen habe ich noch die muss muss reichen schön dabei ist ja jetzt jetzt über 200 fast 300 blöcke gehe ich jetzt in die x richtung und dann muss ich trotzdem noch glaubt man die 100 blöcke in zur richtung gehen es ist ja allerliebst die schatten aber keine finger tut langsam weh wo genau noch mal 290 und 3 7 8 sicher hier irgendwas ne aber so ein zombie pick da drüben scheiße und was macht ihr so am wochenende außer mir zuschauen wie ich blöd slaps lege voll spannend der ftb das kotzt mich gar so ein bisschen an dass es gleich so weit weg ist vielleicht hätte ich mein portal irgendwo anders platzieren müssen aber ich glaube wenn ich es jetzt mache da komme ich wahrscheinlich immer an dem gleichen portal raus das läge das blöd ich habe sowieso gleich keine koppels mehr ich muss sowieso gleich geben 21 ja jetzt habe ich den ganzen scheiß zurückkriegen ja super jetzt haben wir ex 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 scheiße komm ich jetzt hier vorbei puh hi leute ich muss mal hier muss mal hier vorbei danke dass wir mal hier durch hhhhhh ist das ne heat scar ja scheiß doch die wand an ich hab ganz vergessen dass es hier noch andere Fische gibt oh fuck 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 Ich hab doch... Ich hab noch mal eins. Ja, super. Was zu allem macht ihr hier? Auf einem Grundstück. Scheiße. Ich brauch ein paar Fackeln. Ich brauch Fackeln. Da fackel ich nicht lang, würde ich sagen. Alter Schwede, aus zwei Coole hab ich gerade einen kompletten... Hab ich den halben Stack hier... Okay, Leute. Ähm, dankeschön. Gemacht. Habe ich noch Kubli. Ich muss hier weitermachen. Warte mal. Schaut fertig aus. Karotten. Charotte. Eine Charotte. Ähm, ich brauch noch Kubli, hab ich gesagt. Jetzt Zombiepix. Ähm. Tschüss. Kusch, Kusch, Kusch. Kusch, Kusch, Kusch. Kusch. Ich muss, ich muss das einzahlen, glaube ich. Kusch. Kusch. Entschuldigung. Ich hab keine Lust gegen die zu kämpfen. Das ist alles so leicht fullequipped. Oh, Milonen. Ich hab immer noch keine Kobbe hier rausgenommen. Ja, hab ich nicht noch. Komm, ich hab doch bestimmt noch irgendwie so. 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 Und dann. Die Brüder dann sowieso danach. So. Ähm. So. Keine Ahnung. Oh, vielleicht machen wir's. Warte mal. Ich hab ich noch einen. Oh, Melonen. Ich hab noch Melonen, ja. Ähm. Und noch mehr Karotten. Ich könnte mal hier meine Farm hier erweitern. Meine. Karotten, 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 Karotten. So. Hab ich noch eine spitze Hacke. Nein, hab ich noch Holz. Ich hab keine Holz mehr. Doch nötig. Ganz daft. Ich hab kein Holz mehr. Fuh. Ich hab gar kein Holz mehr. Hab ich alle meine Werkzeuge verloren? Scheiße. Vor allem, jetzt kann ich die Dinge nicht öffnen. Ho, veröffnet. Super. So. Wieso krieg ich jeden Freitag irgendwelche Nachrichten? So. Ich hoffe, ich hab da noch genug Blut drin. Ich weiß es gerade gar nicht. So, das müsste eigentlich reichen. Für das Holz, das er drin ist. Hey du. Du. Hallo. 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 Sie stören hier. Würden Sie bitte mein Gelände verlassen? Hallo. Sie betreten hier. Nicht zugängliches Gelände. Keine Ahnung. Gehen Sie bitte. Hallo. Tschüss. Warte, 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 warte. Tschüss. Oh, das ist ja zu schief gehen können. Auf die Zombie-Pics, da drin sind wir jetzt nicht böse. Sonst habe ich ein Problem, wenn ich da reingehen will. So, ich hab wieder Holz. Ah, scheiße. Ich mach jetzt mal. Sticks. Dann brauche ich eine Spitzhacke. Und eine Axt. Und ich bräuchte noch einen Kroog. Nehme gleich zwei. Dann kann ich den Baum hier mal entfernen. Ich brauche schon was zum Futtern. Ah ja, klar, weil ich kaum Leben hab. Ja, das ist kaum Leben. Ich hab voll. Ich hab bloß meine gelben März noch nicht voll. So. Der Weg ist komm ich hier an. Nicht das Eckchen. Kann ich stehen. Baum hier entfernen. Oh, 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 shit. Sticket ist die Kate, ist die Kate, ist die Kate, ist die Kate, ist die Kate. Ah, noch gekriegt. So, so, so. Okay, gut. Dann krass ist es schon in den Baum an. Vielleicht war das doch nicht so intelligent hier, die Ding anzusetzen. Aber ich... Panik. Rutschig runter. Ey. Warte mal. Nein. Ich wollte es nicht. Ich wollte es nicht dick machen. Wollte es nicht dicht machen. Ich weiß ja nicht, was ich das noch brauchen kann. So, dann falle ich jetzt nicht mehr runter und kriege keinen halben Herzinfarkt. Oh, Gott. Ich hab noch drei Leben. Hallo. Ich muss langsam aufpassen, was ich tue. Ich muss langsam aufpassen. Ich hab schnell mal aufpassen müssen, was ich tue. Ich hab auch gerade überlegen, ob ich den Weg zwei breit mache. Es dauert halt länger. Aber es ist sicherer. Ich glaube, ich muss hier fast sagen, safety first. Mach's mit doppeltem Steg. Ich hab' noch ein paar Silkworms. Böhmer. Ähm. Noch ein Silkworm. Dann sind wir die Zepplinge. Da. Eins, zwei. Warte ich mal kurz die Axt. Kurz was zum Fuddern. Also erstens technisch bin ich hier so ein bisschen versorgt. Machen wir es mal 10. Und, äh, oh, ich merke gerade, äh, wie sind es? Ich hab' einen Caper. Stimmt, hatte ich gestern mal Livestream auch schon. Ähm, das ist, äh, von vorn, von, anscheinend, hoch? Was ist das für ein Grafikpack? Von Scrolls, äh, die Ankündigung, keine Ahnung, dass es demnächst fertig ist, ich weiß es nicht. Ähm, ja, das andere Spiel von Lodge. So, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, ne, tschüss.